Am 17. September findet der World Cleanup Day 2022 statt. Das diesjährige Motto lautet, gemeinsam für eine saubere, gesunde und plastikmüllfreie Zukunft. An diesem Tag sind wir aufgerufen, gemeinsam anzupacken und ein Zeichen gegen die Vermüllung unserer Welt zu setzen. Sehr gern habe ich wieder die sächsische Schirmherrschaft dieser großen Bürgerbewegung übernommen und möchte Sie, liebe Sächsinnen und liebe Sachsen, liebe Bewohner hier im Freistaat Sachsen für diese Aktion gegen die Umweltverschmutzung begeistern. Seien Sie Teil einer Initiative, an der sich weltweit Menschen aus 190 Ländern regional organisieren und sich um die Säuberung unserer Natur und Umwelt bemühen. Wie eine neue Übersichtsstudie des Alfred-Wegener-Instituts zeigt, ist die Arktis inzwischen ähnlich stark mit Plaste vermüllt wie dicht besiedelte Regionen. Hohe Konzentrationen von Mikroplastik finden sich im Wasser, am Meeresboden, an unbewohnten Stränden, in Flüssen und selbst in Eis und Schnee. Ein großer Teil des Plastikmülls gelangt über die Flüsse ins Meer, vor allem in Asien, aber auch in Europa. Und deswegen muss die Umwelt vor dem Eintrag von Plastikmüll auch vor Verschmutzung jeder Art unbedingt besser geschützt werden. Bitte denken Sie daran, wenn Sie durch unsere wunderschöne Natur wandern, am Abend in Parks und auf Plätzen mit Freunden feiern oder an Gewässern ein Picknick machen. Nehmen Sie bitte die mitgebrachten Verpackungen von Speisen und Getränken wieder mit und entsorgen Sie dies fachgerecht in die dafür vorgesehenen Behältnisse. In Sachsen arbeiten wir derzeit an einem Kreislaufwirtschaftsplan. Er hat unter anderem die Vermeidung der Vermüllung und von illegal abgelagerten Abfall zum Ziel. Um diesem Problem zu begegnen, setzen wir auf verstärkte Nutzung von Mehrweg- und Pfandsystemen für Becher, Deckel, Geschirr und Besteck, eine ausreichende Ausstattung mit Abfallbehältern im öffentlichen Raum und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten. Aber auch Abfallsammelaktionen sind ein wichtiges Mittel, um Vermüllung im öffentlichen Raum wirksam zu bekämpfen. Bei der Beseitigung des anfallenden Mülls leisten die Kommunen und zahlreiche private Unternehmen täglich sehr gute Arbeit und wir alle können Sie dabei unterstützen, ob im Alltag oder am Wirt Cleanup Day. Für ein sauberes Sachsen und für eine lebenswerte Natur. Wir bitten Sie daher, machen Sie mit, unterstützen Sie diese weltweite Aktion, leisten auch Sie einen wichtigen Beitrag, um unsere Umwelt lebenswerter zu machen. Für ein sauberes Sachsen und für ein sauberes Sachsen,